Herzlich Willkommen in der VRCC. In der VRCC, hinter den Kulissen. Wir sind hier im KWC in unserem Kundenberatungscenter, unsere meistfrequentierten Filiate und wir haben hier weit mehr als 400-500 Anrufe am Tag. Unser Team aus 17 Spezialisten kümmert sich um all ihre Anliegen. Hier sehen Sie unsere VRCC-Plätze. Dort werden ihre Anrufe aus der Sissi-Kabine entgegengenommen. Unser VRCC-Team besteht aus sechs Mitarbeiterinnen, die sich um all ihre Anliegen kümmern. Bei uns können sie fast alles erledigen, wie in einer normalen Filiale auch.